hallo und herzlich willkommen bei lms und lds 2010 im neuen jahrzehnt wir sind ja hier und ich also ich und er also der der gerade die fluppe in der hand hat ich habe auch gerade geraucht also daher wenn ich auch rennig ich bin ja clean komplett clean außer alkohol und vordern wir hoffen ihr habt neujahr gut eingebracht ich hoffe es ist geil wir hoffen wir hoffen jetzt ein gutes neue jahr gerutscht